Hallo, herzlich willkommen und grüß Gott aus Österreich. Wir wollen hier heute ein... Wuh, perfect game. Habt ihr euch auch schon ein paar Minuten geärgert und überlegt, scheiße, wie ist das hier zu lösen? Ich auch, ich hab ihn schon an einigen Stellen platziert, aber es kann nur der Alchemist sein. Wir gucken uns das mal an. Genau, zack. Schaut, ihr dürft den Alchemisten erst in der fünften Stufe aufbauen, nachdem ihr Start gedrückt habt, weil die Porsche ist echt groß, sodass es den ganzen hinteren Teil abcatcht. Also, Alchemisten auf einen 1.04er ausbauen, starten und dann erst auf den 5er ausbauen. Hat euch das gefallen und geholfen? Gebt mir einen Daumen hoch und ein Abo. Wir wollen ein bisschen Spaß zusammen haben. Ich geb euch täglich hier ein paar Lösungen. Ja, aus Austria. Und ich hab nur noch eins zu sagen. Ich hab Spock. In dem Sinne, bis dann.